Hallo, ich bin Sami, von FOSI Akademie. In diesem Video wird spreche ich über, 5 Stufen, zu erhöhen, die Beweglichkeit der Spermien, natürlich die 3 Hauptkomponenten einer Samenanalyse sind. Spermien, Motilität, Prozentsatz, Spermienzahl, Konzentration, Morphologie der Spermien. Normale Beweglichkeit der Spermien wird als mehr als 50% definiert. Wenn konsequent die Motilität unter 25% fällt, die Chancen, dass ein Problem auftritt, sind viel höher. Ihre Spermienzahl, Konzentration, niedrig ist, wenn sie weniger als 15 Millionen Spermien pro Milliliter Sperma oder weniger als 39 Millionen Spermien pro Heliakulat. Normale Spermiendichten reichen von 15 Millionen auf mehr als 200 Millionen Spermien pro Milliliter Sperma. Eine vollständige Abwesenheit von Spermien, genannt wird Azospermie. Eine niedrige Spermienzahl, genannt wird Oligospermie. Morphologie der Spermien sind der Anteil der Spermien, die normal erscheinen. Normale Spermien haben einen ovalen Kopf mit einem langen Schwanz. Abnormal Spermien Kopf- oder Schwanzdefekte Zur Erhöhung der Beweglichkeit der Spermien Natürlich essen Sie viel Fisch, Fleisch, Eier, Obst und Gemüse. Erdnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse und Kürbiskerne auch zur erhöhen Spermienzahl berücksichtigt. Vermeiden Sie Sojabasierte Lebensmittel und High-Fructose-Korn-Sirup. Gewichtsverlust Intensive Übung Routinen Erhöhen Sie Vitamin D Spiegel Zu erhöhen Den Testosteronspiegel Reduzieren Sie Stress Das blockiert die Wirkung von Testosteron Joggie Style Für Tiefe Penetration Hoffen, dass diese Informationen sind hilfreich Vielen Dank für das Ansehen von FOSI Academy Bitte liken, abonnieren, um dieses Video zu teilen und unsere Website besuchen FOSI Academy Punkt Kom